Das ist wirklich ultra cool. Und ja, ich muss euch leider enttäuschen, das macht wahrscheinlich sein Setup einzigartiger als euers. Ich rede von diesem Content Creator. Er hat nämlich etwas in sein Gaming Setup integriert, was wirklich noch niemand hat. Und was du definitiv gesehen haben musst. Sowas will ich haben. Es fängt also an mit einem alten Monitor. Denke ich haben ein paar von euch zu Hause. Aber was er dann macht, werden die meisten von euch wahrscheinlich nicht hinkriegen. Er nimmt diesen Monitor jetzt auseinander, weil er am Ende verrückte Sachen mit dem Display anstellen wird. Den Rest braucht er jedoch auch noch. Was er da jetzt macht, habe ich da noch gar keine Ahnung von. Schaut euch jetzt aber nun das Endergebnis an. Er hat jetzt einen Monitor in seiner Glasscheibe von seinem PC. Ich wette mit euch, das habt ihr noch nie gesehen. Denn er kann ja die verschiedensten Wallpaper darauf projizieren. Und das sogar noch in Farbe. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber sowas will ich haben. Ihr auch?